Herzlichen Glückwunsch! Du hast eine Botschaft von Gott erhalten, diese ist besonders. Genau wie eine Geldüberweisung deine finanzielle Situation verändern kann, kann diese Botschaft dein Leben für immer verändern. Manchmal sind göttliche Botschaften subtil und sanft, während sie andere Male klar und direkt sind. Gib Empfange ein, wenn du diese Botschaft erhalten möchtest. Aber unabhängig von der Form, die sie annehmen, werden sie immer mit Liebe und göttlicher Führung angeboten. Sei offen und empfennlich für diese Botschaft und erlaube ihr, dich auf deiner Reise zu führen. Wenn wir eine Bankanwendung nutzen, erhalten wir oft Geldüberweisungen. Diese Überweisungen können unsere finanzielle Situation verbessern und uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Aber genauso wie wir Überweisungen auf unsere Kunden erhalten, können wir auch Überweisungen göttlicher Botschaften in unseren Herzen erhalten. Gottes Botschaften können viele Formen annehmen, von einem inspirierenden Gedanken bis hin zu einer unerwarteten Begegnung mit jemandem, der unser Leben verändert hat. Wenn wir offen und empfennlich für göttliche Botschaften sind, können wir ein Gefühl von Frieden und Freude erfahren, dass daraus entsteht, zu wissen, dass wir auf unserer Reise geführt werden. Öffne dein Herz und erlaube den Botschaften Gottes, dich zu führen. Melde dich jetzt auf unserem YouTube-Kanal an, um Zugang zu inspirierenden Geschichten und göttlichen Botschaften zu erhalten. Manchmal können göttliche Botschaften schwer zu verstehen oder zu akzeptieren sein. Sie können uns herausfordern, aus unserer Komfortzone herauszutreten oder schwierige Entscheidungen zu treffen. Aber wenn wir auf die göttliche Weisheit vertrauen und den erhaltenen Anweisungen folgen, sind wir in der Lage, Hindernisse zu überwinden und unsere Ziele zu erreichen. Sei also offen, um göttliche Botschaften in deinem Leben zu empfangen. Achte auf die Zeichen und Anweisungen, die Gott dir gibt, und habe den Glauben, dass alles aus einem Grund geschieht. Verpasse nicht die Gelegenheit, göttliche Führung in deinem Leben zu erhalten. Klicke jetzt auf den Like-Button und teile deine Erfahrung mit Gott mit uns. Denke daran, dass göttliche Botschaften dein Leben für immer verändern können, genauso wie eine Geldüberweisung deine finanzielle Situation verändern kann. Erlaube diesen Botschaften, dich auf deiner Reise zu führen, und wisse, dass du niemals allein bist. Auf deinem Lebensweg. Gott segne euch alle. Amen. Amen.